Wir haben nicht so viel gesprochen über die Defensive, weil da möchtet ihr immer überreden bei mir. Ich habe über Organisation gesagt, ja nein, so ist es doch. Aber man weiß nicht, wo man anfangen muss. Aber ihr weißt das schon, glaube ich. Nein, das stört mich wirklich, aber du fängst an, deine Mannschaft von hinten raus aufzubauen. Und wenn du das nicht tust, du tust das von vorne, ja gut, super. Aber dass da eine bestimmte Geschlossenheit kommen musste, wenn der Gegner am Bau kommt, das ist doch klar. Ach, das haben wir doch alle gesehen, ihr doch auch, hoffe ich. Aber dann bin ich wieder der Defensivdenker. Ja, dann ist das mal so. Ich habe da keine Probleme mit, auch mehr. Ja?